Moin, hier ist Miro von Olight und wir haben im Sommer Sale bzw. im Sommerfest vom 9. bis zum 13. Juli wieder viele Angebote für euch und natürlich auch einige Neuheiten. Ab Silber- und Diamantstatus seid ihr schon einen Tag vorher dran. Die erst letzten Monat eingeführte O-Lantern Stretch hier bekommt ihr jetzt auch in Schwarz, einer schön schlichten Farbe, falls euch das in Bronze nicht so gut gefallen hat. Kurze Erinnerung, die Stretch hat zwei verschiedene Lichtquellen, schafft bis zu 500 Lumen und hat eine noch längere Laufzeit als das Vorgängermodell. Die Beton 4 gibt es in der Premium Edition jetzt endlich in weiß, worüber sich viele in der Community freuen dürften. Die Taschenlampe schafft bis zu 13.000 Lumen und ist mit ihren kompakten Maßen und der langen Laufzeit perfekt für den Alltag und wird mit dem Ladecase noch vielseitiger. Nicht nur wird damit die Laufzeit auf bis zu unglaubliche 190 Tage verlängert, die Beton 4 kann im Ladecase auch gesteuert und eingeschaltet werden, sodass ihr immer Licht habt. Im Case können außerdem auch einige andere Modelle aufgeladen werden und es funktioniert auch als Powerbank. Auch fürs EDC gibt es mit dem O-Tackle 2 Mini Retro Zombie aus Titan wieder besonders schickes Werkzeug. Bevor ich es vergesse, nicht neu, aber endlich wieder auf Lager ist die Prowess mit bis zu 5000 Lumen Flutlicht und dem gemütlichen Laternenmodus, die ihr euch in diesem Sale noch einmal zum Angebotspreis sichern könnt. Da sie extrem beliebt ist, solltet ihr euch hier aber beeilen, denn sie könnte schnell ausverkauft sein. Und das gilt natürlich auch für unsere anderen Neuheiten. Mit dem neuen O-Site haben wir unser erstes Rotpunktvisier für euch. Das Visier ist frei verkäuflich und kann zum Beispiel auf eine Software montiert werden. Und Menschen aus dem örtlichen Schützenverein dürften sich auch dafür interessieren. Ich stelle euch das O-Site ausführlich in einem eigenen Video vor und gebe da auch Tipps für kompatible Softwares. Also will ich hier nur kurz anmerken, dass es extrem hochwertig verarbeitet ist. Der Leuchtpunkt ist sehr hell und kann flexibel eingestellt werden. Und die ohnehin unglaubliche Laufzeit wird durch die Ladeabdeckung für ein sogenanntes Red Dot dann auch nochmal vervielfacht. Ich habe es getestet und die angegebene Laufzeit von 17 Tagen auf der höchsten Helligkeitsendstellung für den grünen Punkt kommt tatsächlich hin. O-Lat betritt also diesen Markt direkt erstmal mit einem Alleinstellungsmerkmal. Der Sommer-Sale wäre aber kein Sale, wenn es keine weiteren Angebote geben würde. Ihr könnt euch wieder eigene Bundles zusammenstellen, bekommt ordentliche Rabatte auf einen Großteil unseres Sortiments, inklusive natürlich auch limitierten Editionen und auf einige Produkte gibt es sogar 50% Rabatt, was wirklich selten vorkommt. Wenn ihr also in den letzten Monaten euer Wunschprodukt verpasst habt oder auch eure Traumlampe dann doch ein kleines bisschen zu teuer war, dann ist jetzt eure Chance. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Dazu gehören zum Beispiel die Beton 3 Pro, die O-Lantern Music, die O-Lantern Mini, Marauder Mini und auch die Arcfeld Pro, aber noch ganz viel mehr. Und wie immer gilt, im Bundle bekommt ihr noch bessere Preise und vergesst nicht, euch die iFanks kostenlos zu eurer ersten Bestellung im Aktionszeitraum zu holen. Schaut direkt mal in der Beschreibung, da ist der Link zum Shop und das lohnt sich auch da einmal raufzuschauen, denn da erwartet euch zum Beispiel das Glücksrad mit tollen Preisen und auf unseren sozialen Medien gibt es natürlich auch die eine oder andere Aktion und auch Gewinnspiele. Hier auch, denn ich verlose die Beton 4 Premium in Weiß und möchte dafür nur von euch aus dem Kommentarbereich erfahren, welches Modell aus unserem aktuellen Sale euch am besten gefällt. Die restlichen Teilnahmebedingungen findet ihr genau wie den Link zum Shop in der Beschreibung und damit wünsche ich euch viel Spaß beim O-Lantern Summer Sale und auch ganz allgemein einen schönen Sommer und allzeit gutes Licht. Die Restlichen Teilnahme